herzlich willkommen zu einer neuen folge von modelleisenbandräume tv ja der erste advent liegt hinter uns und heute ist ja schon der nikolaus tag ja aus diesem grund haben wir gedacht machen wir wieder ein kleines gewinnspielchen jedes jahr allerdings machen wir dieses jahr kein adventskalender sondern ja heute habt jetzt die chance einen unserer kalender zu gewinnen ja die aufgabe ist folgende die kamera wird jetzt über die anlage fahren und dort sind nikolaus versteckt nikolaus groß klein nikolaus sinnen vielleicht ja und ihr habt einfach jetzt die aufgabe genau zu schauen wo denn einer versteckt ist beziehungsweise wie viel denn auf der anlage versteckt sind und das dann in die kommentaren schreiben wir werden euch dann wir werden uns dann bei euch melden also schwenken wir mal über die anlage so Musik 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 Das war's. Ich hoffe, ihr habt alle gezählt. Ihr müsst genau hinschauen. Es gibt welche in H0 und es gibt welche, ja, Spur 1. Wenn man es so sieht. Schaut genau an. Guckt euch lieber zwei-, dreimal an. Ja, ich würde sagen, ihr habt Zeit bis Sonntagabend 18 Uhr. Okay, sagen wir Sonntagabend 0 Uhr, falls die Spätgucker der Videos noch kommen am Sonntagabend. Und bis dahin die Lösung. Und dann melden wir uns bei den Gewinnern, wenn die Lösung richtig ist. Also, Video in Ruhe anschauen, genau zählen und dann hier im Video die dementsprechende Anzahl von Weihnachtsmännern. Oder Weihnachtsmännerinnen. Kommentieren. Wir wünschen euch viel Erfolg mit dem Gewinn und wünschen euch noch einen schönen Nikolaustag. Bis zum nächsten Video. Viele Grüße. Euer Markus. Tschüss. Und Tschüss.